Die erste von den USA eingebrachte UN-Resolution für einen Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen ist am Veto von Russland und China gescheitert. Elf Mitglieder des UN-Sicherheitsrats stimmten dafür, drei dagegen bei einer Enthaltung. Russland und China stimmten wegen der ausdrücklichen Verurteilung der Hamas nicht zu. Israels Botschafter bei der UNO sagte, diese Haltung werde man nicht vergessen. Die amerikanische Resolution, sollte sie passen, hätte man einen Moment der Moral für die UN, einem Ort, wo gut ist evil und justice ist nicht justice. Es wäre die erste Mal, dass dieser Kanzel oder irgendein UN-Budy den Hamas und ihren brutalen Massaker kritisierte. Aber schließlich, für purely politische Gründe, diese Resolution nicht passete. Washington kritisierte vor allem das Veto Russlands. Der Text der gescheiterten Resolution zielte vor allem darauf ab, den unter Hungersnot leidenden Menschen im Gazastreifen mehr Hilfslieferungen zukommen zu lassen.